Hallo Schokobur! Hey! Beschreibe deine Musik mit drei Worten. Rhythmisch, lebendig und exotisch. Tofu ist? Für mich die Hauptspeise in einem Tofu-Lokal. Der, die oder das Brezel? Egal, Hauptsache Brezel, dann kenne ich mich aus. Seit wann spielst du Gitarre? Seit 19 Jahren. Bei der Farbe rosa denkst du an? Zum einen an Schwein und zum anderen an weibliche Babykleidung. Als Kind war dein größter Traum? Von der Musik leben zu können und dann solche coolen Interviews führen, wie dieses hier. Yeah! Nachos oder Popcorn? Beides, wenn es wer anderer zahlt, ansonsten nur Popcorn. Bist du heute schon auf YouTube gewesen? YouTube, ja, kenne ich. war ich heute schon und zwar gleich nach Facebook und Instagram und ich habe mir die Videos von B2N angeschaut. Wango, super Musik! Danke, Schokobur! Bitte gerne! Tschüssi! Ciao! Baba! Wiedersehen! Tschüss! Grüß dich! Baba! Servus! Aus!